Die große Wörterfabrik. Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen, um sie aussprechen zu können. Der kleine Paul braucht dringend Wörter, um der hübschen Marie sein Herz zu öffnen. Aber für all das, was er ihr gerne sagen würde, bräuchte er ein Vermögen. Eine Bilderbuch-App zum Lesen, Spielen und Lernen. Döspaddel, Beule, Kirsche, Nähr, Donner, Jahr, Änne, Jahr und eine poetische Geschichte über den Wert der Liebe und der Sprache. Die große Wörterfabrik.